die ich habe sie mit dem Weg geplant war ziemlich leise so ziemlich fast oder schlecht aber muss ich wieder zu reden was ich mache in dem Sprache niemand Checkpoint S2 ist wunderbar sind zu viert und die Leute so eine höhere wie ich. Okay. Gucken wir mal. Also die erste von... ...Checkpoint. Ist notiert. So. Glückwunsch. I will. Checkpoint for the Wii. So. Ich werde dann, während ich, ähm, die anderen... wenn sie dort umwandeln die ersten drei in sie noch weil sie aufgeschickt da wenn ich dann gucken was er gefahren sind wenn es umziehen wenn ich umwandeln es hat Hanger Checkpoint auf diese Strecke geil scheiße gelaufen ist gucken wir mal wie es läuft so läuft es schon mal nicht ich habe ihn schon verloren ich habe mich schon mal zurück gesetzt ja ich bleibe es voll ab und dann fahre ich doch noch in die Bande geil 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 ich muss ich muss zwischen den durchfahren wenn ich außen vorbei fahre dann zählt das nicht ja dann setze ich mich nämlich zurück ich habe sowieso verloren ich habe sowieso verloren ich habe mich voll die scheiße zusammen gerade sich abkürzen, ja. Das habe ich abkürzt, ja. Das gebe ich auf zu. Das gebe ich auf zu. Wie sich der VW immer raus dreht. Wie er sich immer raus dreht, ja. Was? Boah. Hmm. Ich habe mir einigermaßen gut genommen jetzt die Erste. Ich habe mir auch einigermaßen gut genommen. Aber ich habe es in der ersten Runde schon versaubert. In der ersten Runde habe ich mir schon versaut. Deswegen bin ich auch nicht mehr. Wenn ich so in der ersten gefahren bin, wäre alles okay gewesen. Aber natürlich bin ich ein Idiot. Oh, die nächsten, glaube ich, erwischen wir noch. Aber dann ist es vorbei. 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 Wurden vorbei. Und letzte, ja. Scheiße, es ist scheiße gelaufen. Wir müssen noch die anderen machen, bis sie fertig sind. Bis zum nächsten Mal. Ich will jetzt immer ein bisschen so, ein bisschen mehr Paum und weniger geben. Weil ich ja ein Rennen zu Ende fahren muss. Wenn ich 15 Minuten sind, die brennen dem Rennen oder so, dann muss ich natürlich zu Ende fahren, ja. Ich hab's bestimmt schon gemerkt. ating. Erschraubende Raum, das ist 5 von 10. ja was soll ich erwarten wenn sie ein paar mehr oder nur noch vier Ah ja, fast voll. Okay. Toch S1. Oh mein, jetzt kam ich zu, Leute. Das Hand ist nämlich geil. Toch S1. Wir fahren Toch S1. Wo? Steck nehmen wir ab. Steigung ist kacke. Scheiß, wie ein Wahnsinn. Und wie fahre ich? Gegen R1 Docks. Ich werde den einfach rumieren. Ich werde den Fuchs fahren. Okay. Gucken wir mal. Wir laden uns hier nicht rammen. Ja, wenn wir rammen, dann ist es vorbei. Der ist schlecht weggekommen. Der ist schlecht weggekommen, ja? Aber er ist mir dicht auf dem Arsch. Der ist gut. Also der ist echt gut. Er hat einen Fehler gemacht. Er hat einen Fehler gemacht. Der war so rum. Er hat einen Fehler gemacht. Wunderbar. Sonst eins machen wir noch. Wenn du einen Fehler machst und der andere macht keinen Fehler, dann hast du ihn schon verloren. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich vielleicht Command & Conker jetzt play. Ich habe alle Command & Conker Teile da. Und ihr könnt mir ja mal schreiben, was ich jetzt playen soll. Ich play keine Command & Conker 1. Das mache ich auf keinen Fall. Und Command & Conker 4 das play auch nicht. Ansonsten mache ich alles. Ich play Command & Conker generell in Studio 0. Also mit Weiterungspack. Ich play jetzt Command & Conker Teile um Sun. Mit Weiterungspack. Ich play Command & Conker Alarmstufe Rot. Ohne Weiterungspack. Ich play Command & Conker Alarmstufe Rot 2. Ohne Weiterungspack. Ich play. Und ich play Command & Conker Teile um 3 Teile um Wars. Ohne Weiterungspack. Ja. Das alles. Let's play ich. Ohne Weiterungspack. 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 Das nächste? Drift S4 Ich dachte, wir liegen ab Nicht so Ich glaube, das fahren wir Nein, das fahren wir Scheiße Ne, das steck ist Ok Das ist die Schöne Ich würde nicht driffen, bitte Wenn wir erklären Mann, Mann, Mann Ich kann nicht driffen Egal, wann ich hab Ich dreh mich immer Ich dreh mich immer Oder mach Kollision Irgendwas von den beiden passiert immer Wenn man das macht Zählen die Punkte nicht Ja Habt ihr ja bestimmt schon mitbekommen Tch 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 Äh, Mann Das sind ziemlich letzte, glaub ich, Leute Das sind ziemlich letzte, glaub ich, Leute Ja Ich würde nicht driffen Aber ich würde mal driffen Aber nicht driffen Ja Ich würde nicht driffen Wenn ich driffen Dann driffen Es hat ein wenig driffen jetzt hier so hätte ich gar nicht das an den Verloren ja ich habe schon mal keine gute die da ist und kohle sie haben wollen und kohle sie und kohle sie Kollision! Kollision! Ich habe null Punkte, Leute! Kollision! Kollision! Wunderbar! Ist doch geil, Leute! Ist doch süchtig geil! Ich habe keine Chance, ich habe die letzten Letzte Kurven mitgenommen eine erste Kurve, die ich genommen und natürlich keine Chance mehr Oh, Leute! 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 Hört es aus in diesem Part? Bis zum nächsten Mal! Wenn die Videos wieder kommentieren teilen du mich! Abonnieren! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!